Ich will nicht, dass in einer so dramatisch sich verändernden Welt mehrheitlich Abgeordnete von Parteien eines Orbán, einer Le Pen, eines Salvini oder gar Vox die Gesetzgebung im Europäischen Parlament beeinflussen. Also ich sage immer Politik heißt sich einmischen, zu versuchen und dazu beizutragen Verhältnisse zu verändern. Wir leben in einer Welt, in der wir vom Wachstumsfetisch wegkommen müssen. Mit konkreten politischen Vorschlägen. Ich glaube wir müssen viel stärker darüber nachdenken, wie wir auch die europäische Idee, nämlich das gemeinsame Zusammenleben, das solidarische Zusammentun auch wiederbeleben. Liebe Genossen, Genossen, wir sind gefordert eine wahrhafte Idee einer EU zu arbeiten, in der die Interessen der Menschen und nicht jene der Wirtschaft oder des Kapitals dominieren. Deshalb mit Schwung und Optimismus und mit Kraft in einem erfolgreichen Wahlkampf.